Herzlich und Willkommen in unserem Kochstudio. Heute machen wir bei Experiment Küche ein neues Experiment und zwar Burglifix oder auch Bürgerlifex genannt, wie das sehr inkompetente Menschen tun, die die Kontrolle über ihr Leben verloren haben. Und zwar haben wir als Zutat einmal feinstes Rindfleisch, Huck, dann hier ein klein bisschen fettiges Schweiners, Bötter, Pilz, Pölver, Tomaten, Eier, Kaiwi, einen gefrorenen Brühenwürfel, in Wasser schon aufgelöst und dann erst gefroren, so rum, Bugrburns, Salz und Pfeffer, auch Pfeiffer genannt. Als erstes. Als erstes. Würde ich mal erklären, was genau wir denn mit diesen Burgerzutaten vorhaben. Und zwar das Schweiners soll das Patty saftiger machen, die Tour, die Butter, die Pilze sollen einen fleischigeren Geschmack herausholen, genauso wie die Tomate und eventuell das Ei. Das Ei kann es aber auch von der Konsistenz verändern oder es saftiger machen, das weiß ich noch nicht. Es sind angeblich wirkliche Burgerlifex, also wir testen es eben aus. Die Kiwi soll das Fleisch zarter machen und die Kiwi soll ins Fleisch. Ja, ist das irritierend, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Logischerweise soll die Brühe einen intensiveren Geschmack machen und saftiger. Aber Wasser und Fleisch, ich weiß ja nicht, weil ein Fleisch ist ja generell eine Emulsion. Genau. Und die kommen halt dann ganz klassisch auf die Burger Buns, auf kleine Mini Burger Buns übrigens. Damit wir nicht so viel Burger fressen. Damit die Hunde nicht so viel Burger fressen, meine ich natürlich. Gut. Nun kommen wir zu den Fleischmengen. Ich hätte gesagt, man nimmt ungefähr 50 Gramm Rinterhack für ein Patty, für so ein Mini Patty und beim Schweiners eben dann nur 25, da wäre ja 25 Schweiners mit hinzu mischen. Ja, das sind ungefähr 50 Gramm. Damit ihr mal gesehen habt, wie man sowas aus einer kleinen Waage wiegt, die im Normalfall gegen das BTMG verstößt. Ja, es geht weiter. Selbstverständlich. Mischen wir jetzt erstmal das Schweiners mit dem Rinders. So, nun dürfte das Pilzpilver hinein. Die Butter darf hinunter gemischt werden, die leider nicht mehr so schön ist. Das machen sie echt filigal. Exorbitant schön. Hier kommen nun die Tomatenkerne hinein, denn irgendwie braucht man scheinbar für diesen Heck nur diese Flüssigkeit hier. Da muss jetzt nur das Ei Kälb rein. Nun darf etwas Kiwijuice rein. Und nun das Letzte. Das ist dieser schöne Brutwürfel. Und einen Referenz-Burger selbstverständlich. Die Bürger werden schnell gepfeifert. Und damit ist alles bearbeitet. Überlegen wir nun die Burger, damit man auch genau weiß, welcher welcher ist. Wollen sie mal zum Verknusen herumkommen? Weißt du was? Ich sag's für morgen. Was willst du anfangen jetzt? Mit einem ganz, ganz klassischen Burger. Ganz normal. Hier die Hälfte. Das ist einfach nur Rindfleisch, Salz, Pfeifer, durchgebratene Burger und eine kleine Burgerwand. Hier ist es halt Senf und Ketchup, Salz und Pfefferstädter. Zum Dippen. Wow. Schmeckt langweilig halt. Sehr nur Brötchen und Fleisch. Das ist der Brühwürfel. Das ist ein Brühwürfel. Das ist ein Brühwürfel. Das ist ja deutlich saftig als Sommer. Und hier sagt er sehr zu. Also mit dem Brühwürfel kommt nochmal ein bisschen mehr Geschmack durch. Mehr würzer wird. Ja. So, jetzt haben wir ja den Kiwi-Burger. Wie man das vorhin schon gesehen hat, ist der sehr zerfallen. Der sah aus eigentlich wie so ein schlampiger Johannes. Ist das jemand, der das kennt, das Gericht? Gericht normal auf jeden Fall. Was? Bei mir ist das Fleisch wie so eine Creme. Finde ich komisch. Dann schmeckt es aber nicht wirklich aus. Dann haben wir hier den Engo-Burger. Der ist ein bisschen gelb außen. Der hat auch einen schönen Browning bekommen. Das ist eigentlich so saftig. Schmeckt das Eis so intensiv. Mhm. Tomate. Der ist auch ein ganz klein wenig zerfallen. Schmeckt sehr nach Ei. Das stimmt. Dann kriegt die Tomate mal wieder nicht raus. Saftiger ist er. Schmeckt weniger nach Fleisch. Wenn man weiß, dass Tomate drin ist, schmeckt man es. Aber sonst würde ich es nicht schmecken. Hier haben wir jetzt den Butter-Burger. Der hat eine sehr interessante Struktur bekommen. Lass mal so sein, ne? Das wäre grob. Mhm. 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 Saftig, ja. Geschmacklich. Mhm. Schmeckt mir nicht besser. Merkt ihr mal? Ja. Doch, die Butter schmeckt ein bisschen durch. Aber meint auch nicht. Schmeckt ja weniger als der normale. Jetzt haben wir hier den mit Pilzen. Mhm. Mhm. Ja. Ich mag Pilze. Mir schmeckt es nicht. Mhm. 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 Das finde ich gut. Mit Schweinass. Es ist auf jeden Fall deutlich saftiger. Ist okay. Hat einen netten Browning bekommen. Das war es auch. Also auch nicht wirklich besser als der normale Burger. Eigentlich eher schlechter. Was würden Sie als Fazit sagen? Ja. Gut. Aufgrund dessen, dass bei den Brügel-Food-Bürgern noch den Wurzel drin war, finde ich den am besten. Ja? Ja. Und hier ging es genauso. Dann sind wir uns ja einstimmig. Ja. So war es noch fast noch nie. Ich habe auch eigentlich schon oft. Ja. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao. Da waren einige echt ekelhaft dabei.